Musik aus alten Zeiten spielen, aber auch einige neue Stücke und nach den Eingangsmelodien gehen wir jetzt zunächst mal in die Pyrenäen. Also zwei Tanzmelodien aus den Pyrenäen. Das erste ist die Mazorca de Gomez, nein, das erste ist die Granda Aiga. Dann Mazorca de Gomez, das ist eine von der französischen Seite der Pyrenäen, das zweite von der spanischen Seite der Pyrenäen. Und da ist jetzt zu ihrer Schonung kein Dudelsack dabei, sondern eine Zister. Zister ist eine einfache, eine Vorlage von der Mandoline. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018